Sie verkaufen Räucherfisch statt Reisen und Mundschutz statt Trachten. Zwei Ladenbetreiber aus München wollen den Kopf nicht in den Sand stecken und dabei zusehen, wie sie bankrott gehen. So, dann haben Sie sich was überlegt. Es läuft tatsächlich. Der alte neue Laden ist richtig am Start. Wir waren da. Räucherfisch geht immer. Karibische Strände, Urlaubsfeeling, Träume, die wahr werden. Doch jetzt stehen in Helmut Langs Reisebüro Fisch und Wein auf der Tagesordnung. Da kriege ich Gesamtverbusch von 70 Euro unter 10er. 70 Euro unter 10er. Für mich persönlich war ganz wichtig, dass wir mit der gesamten Mannschaft durch die Krise kommen. Wie die gesamte Touristikbranche trifft auch Helmut Lang und seine Mitarbeiter die Corona-Krise hart. Wir sind von heute auf morgen von 100 Prozent runter auf null. Das heißt, wir waren eigentlich nur noch damit beschäftigt, Reisen rückabzuwickeln. Und mit meinem Kompanion waren wir einfach mal am Abend am Tigernsee. Im Tigernsee ist ja traditionell eine sehr schöne Landschaft. Und haben so ein bisschen in den See herangeschaut. Haben so ein bisschen Trübsal geblasen. Was können wir jetzt vielleicht besser machen? Durch einen Zufall kommt der 63-Jährige mit einem Fischer aus dem Bekanntenkreis ins Gespräch. Der hat salopp in seiner bayerischen Art gesagt, wenn Sie eure blöden Reisende rutschen, dann verkauft Sie meinen Fisch in München. Und damit war eine neue Geschäftsidee geboren. Statt Reisen an die Algarve gibt's Algen für die Kunden. Statt Städtetrips nach Florenz, Forelle. Unser Slogan war, wenn wir Sischung nicht ans Mittelmeer bringen können, damit Sie noch einen Fisch essen können, dann bringen wir den Fisch zu Ihnen nach Hause. Helmut Lang eröffnet sich einen zweiten Geschäftszweig unter der Bezeichnung Fisch auf Reisen. Er schafft sich sogar extra einen speziellen Kühlschrank an, in dem er nun den vorbestellten geräucherten Fisch, Salate, Soßen und Öle lagert. Mittlerweile gibt's auch Wein im Sortiment. Ich bin mittlerweile zur Schule gegangen und hab einen Sommelierkurs belegt. Da sollte man sich dann schon ein bisschen auskennen und das macht einen Heidenspaß. Und das bringt uns natürlich auch gerade nach wie vor in der schwierigen touristischen Zeit eigentlich die Motivation. Auch Wolfgang Zellinger treibt seine Motivation zu neuen Wegen. Jetzt betreibt er einen Maskenverkauf statt Trachtenverleih. Wir haben die Masken einzeln verpackt, für 2,29 Euro das Stück. Und du den 20er packst, du den Kartons, bekommst du noch einen Shot dazu. Zur Stärkung des Immunsystems kannst du noch einen aussuchen. Es kommen farbige Masken noch dazu, es kommen noch Desinfektionsmittel fürs Handy dazu, es kommen Handdesinfektionssprays speziell für Damen dazu, Bioprodukte. Vorher verleiht der 45-Jährige Trachten für verschiedene Events und Anlässe. Doch die bleiben ja nun bekanntlich aus. Als Unternehmer durch und durch brennt es ihm unter den Nägeln, sich in der Krise umzuorientieren. Das war eine ganz spontane Geschichte. Mittwoch war die Idee da. Donnerstag hab ich die Zusage auf den Laden bekommen. Und am Wochenende ging der alte Mieter raus und der Laden ist entstanden. Und pünktlich zur Maskenpflicht am 18. haben wir vormittags um 10 Uhr aufgeschaut. Egal ob das jetzt dann irgendwie eine Maske ist für 2,29 Euro, die man verkauft, oder ob es eine Tracht ist, die man verleiht. Der Erfolg ist einfach das, was auch eine Freude macht. Und das ist hier halt in den ersten Tagen sofort schon eingetreten. Auch das Umdenken von Reisebüroleiter Helmut Lang kommt an. Obwohl anfangs schon einige skeptisch waren. Fisch statt Reisen? Am Anfang habe ich das nicht ganz verstanden, aber dann war das sehr, sehr gut. Und hier kriege ich halt wirklich ganz frischen Fisch vom Tegernsee, regional. Besser kann es eigentlich nicht passieren. Mittlerweile ist eine Situation natürlich hier da, dass also die Einnahmen von Fisch und Wein die Mietkosten von beiden Büros decken. Und das ist mittlerweile natürlich schon groß. Neben Personal ist in den Mieten doch der höchste Kostenfaktor. Nun hofft Helmut Lang, dass die neu gewonnenen Kunden auch bleiben, wenn es wieder Reisen zu buchen gibt. Denn auch hier hat der Münchner schon eine Idee. Wenn die touristische Szene wieder losgeht, werden wir auch kulinarische Reisen anbieten. Das heißt also, wir werden dann zu unseren Winzern fahren, damit die Kunden auch mal sehen, wo kommt der Wein her. Ursprünglicherweise war ja das, wie gesagt, als Überbrückung gedacht. Und jetzt steht definitiv fest, das wird das zweite Standbein werden. Zwar sind viele seiner Mitarbeiter noch in Kurzarbeit, aber Helmut Lang ist zuversichtlich, dass er mit seinem Team im zweiten Halbjahr wieder volle Kraft vorausfahren kann. In Zukunft dann sogar noch mit kulinarischen Fisch- und Weinerlebnissen obendrauf.